Willkommen zu Zombies in Spaceland, dem Zombie-Part von Call of Duty Infinity Warfare. So, Hank Solo macht ein Solo-Spiel. Ja, da es das erste Video ist, lasse ich mal das Intro laufen, alles andere danach und wir hören uns dann. Bis dann, viel Spaß! Ich bin Willard Wyler, Meister des Makabren. Über 40 Jahre lang habe ich die schockierendsten, brutalsten und blutigsten Szenen aller Zeiten gedreht. Man kann mich als Genie des Horrors bezeichnen. Vor meiner Rente wollten wir heute ein Geheimnis wissen, wie gelang es mir, dass alles so real aussah. Wenn ihr wirklich wissen wollt, was das Geheimrezept ist für einen Willard Wyler Film, das ist einfach. Zunächst einen Schauspieler. Dann macht sie fertig. Hallo! Hey! Jemand hier? Sind wir hier auch richtig? Ich komme mir vor wie in einer dämlichen Reality-Show. Das ist eine Willard Wyler Produktion. Die hat mal ein Casting auf einem alten Dampfer abgehalten und die nur zur Show versenkt. Was? Du meinst mit Schauspielern drauf? Ich war gerade nur ein Charakter. Willard Wyler? Na endlich! Willkommen! Ihr wurdet alle auserwählt, um eine einzigartige Rolle in meinem Film zu spielen, meinem Killer-Comeback. Aber ich warme euch, meine Methoden sind manchmal etwas... extrem. Macht der Witwe? Ich erwarte, dass meine Schauspieler alles geben. Ihr Blut, ihren Körper. Einfach alles für die Rolle. Wir müssen erst die Stimmung schaffen, damit ihr euch wirklich in eure Charaktere hineinversetzt. Ihr werdet gleich Teil des Höhepunktes meines Lebenswerkes. Der Krönung meiner ganzen Karriere. Die erste Szene spielt in den 1980ern. Ich nenne sie Zombies in Spacement. Haltet euch gut fest! Er macht keine Witze! Und du sagst, das ist alles nur Show? Vergiss das! Ich sag, holt mich hier rauf! Ich! Hans! Ich! Hey, was soll denn die Sportjacke? Und der Bling! Unsere Klamotten passen anscheinend zu den Rollen, die wir darstellen. Tja, und ich... bin der Nerd. Ich... ich glaub das alles nicht! Er schießt! Er tritt! Ekelhaft! Total episch! Genau so machen wir die Wichser fertig! Irgendwann in den 80ern. Spaceline Vergnügungspark. So, wie sind wir denn? Der Rapper. Keine Gang! Kein Problem! Ich mach das, Mann! Jo, Mann! Ja, ich hab ja schon... Da ist der Strom. Ich hab ja schon ein paar Runden gespielt. Und ich muss sagen, das Setting, das gefällt mir ein bisschen besser als das von Black Ops 3. Also der Zombie-Modus. Nun können wir also endlich anfangen. Bedenkt daran, Leute! Eure Rolle ist der Tod! Euer Eigenart. Wie sollen wir dann noch beginnen? So, ein bisschen Kohle verdienen. So, und was brauchen wir, um weiterzukommen? 750. Alles klar. Wo bist du? Wo bist du? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo ist denn? Hier! So, fehlt noch ein bisschen Kohle. Aber ist ja schon die zweite Welle. Können wir da auch noch? Ne, da haben wir schon zu. Oh! Lässt du meine schönen Holzbalken in Ruhe. Du liegst gut da Wo willst du denn? Machen wir das auch noch zu Keine Kohle diesmal Und weiter geht's Ob die in den Filmen, also wenn der Wilder den Film dreht Ob die dann die Schauspieler nicht vermissen So, hier ist der Roboter, da fehlt der Kopf Uah, mein, ist noch zu früh zum sterben Da hinten liegt der Kopf So, wo war der Roboter? Da vorne Na, komm schon Atomwaffe Habe ich leider schon genug umgebracht Da ist der Roboter Hey, grüß dich Für was bist du gut? Das Ding legt gleich los Da liegt noch ein Rucksack Kohle Oder? Magazin gefunden Der gibt einen auch immerhin mit Tja, hast du dir so gedacht? Haben wir schon genug? Kommen wir mal hier auf Da habt ihr eine Granate Zwei auf einmal Jetzt brauche ich langsam eine neue Waffe Oder Munition Ja, genau Ratatatatatat Ist ein cooler Rapper Zwei Stück Da kommt noch einer So, dann rennen wir nochmal kurz nach hinten Und holen uns für die andere Waffe noch Munition Die war nämlich sogar nicht schlecht Wo lag die nochmal? Da glaube ich Da geht mir die Munition nicht aus So, sag mal Welle 4 Ist immer noch einer übrig Was mit dir? Bäh So, rennen Komm Hoch Weiter Ja, so sieht schon ganz cool aus Und spielt sich wie üblich Komplett fit Kommt da So, das Inventar Was haben wir denn? Okay, ein Kopf für den Roboter Und zum Teufel ist der Ah, der Strom Jetzt kommen ja schon die Terror-Teddies hier Äh, die Terror-Clowns Die so quietschen Da oben kommen Da oben kommen die Nächsten Gute wie sie ankommen Oh Mein Gott Achso, jetzt brauche ich den Strom erst Der war oben Der war oben Da ist der Strom Und damit geht dann auch da die Geisterbahn So, schnell nach hinten gucken Ist nix Atomwaffe Da guckt er, ne? Wo noch? Du da Kohle gefunden So, jetzt machen wir den Strahl an Jetzt kommt mal Ja So, kommt Haut euch schönen Kopf ab, so blöd wie ihr seid Da, schönen Kopf ab Du bist jetzt auf der falschen Seite runtergekommen Du auch Muss nachladen, Freunde Ich muss noch kurz warten, außer schießen Der dicke Polizist Mal schnell ein bisschen Munition Da habt ihr eine Granate Da kann ich wieder nicht drüber springen Scheiße Mann, hast nicht den Rapper? Hast den Song? Ja Haben wir denn schon eine? Ja Haben wir noch eine? Ne Okay Welle 8 Jo Oh shit Komme ich gar nicht weiter Bin ich jetzt hier gelandet? In den Katakomben? Da kommen sie unten aus den Ah, Münze Ja, du bist aber eine Hübsche Oh Muss nachladen Was seid ihr denn jetzt so schnell? Regt euch mal ab hier Was hat man hier? Was hat man hier? Was hat man hier? Was hat man hier? Oh, noch nicht mal One-Shot? Ich wollte gar nicht die Brille Ich wollte gar nicht die Brille Ich wollte jetzt eine Granate werfen Zieh mal die Brille wieder ab Danke Du bekommst noch die Treppe rauf Gekrochen Mist Jetzt habe ich hier noch eine Ja Ja, die andere gefällt mir besser Ja Da geht mir die Munition nicht aus So, wo komme ich denn hier wieder zurück? Wie mal der Blutspur folgen Ah, okay Äh, nix okay Da sind wir wieder am Ende Ja, kommt die Mama auch noch auf Sind wir jetzt im Casino? Ne, in der Spielhalle Wieso ist das nicht eingeschaltet? Haben wir hier irgendwo einen Strom? Wo ist hier der Strom? Hm Kein Strom gefunden Achso, hier sind wir hergekommen Hm Hm Ich glaube, hier war da irgendwo Strom Aber ich sehe es auch immer nicht Jetzt brauche ich wieder Kohle Wo ist er denn? Der letzte Na komm schon, ich hab dich doch gehört Na komm schon, ich hab dich doch gehört Da Also Oh, er hat noch Kohle fallen lassen, oder? Magazin Oh, hey, 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 Freundchen Hey Lass mich in Ruhe Nein, scheiße, 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 scheiße Naja, gut Das war Wie viel hab ich? 19 15 Minuten 20 Alleine, gut Äh, das nächste Spiel ist dann vielleicht mal zu zweit, zu dritt, zu viert, je nachdem Schauen wir mal Schauen wir mal Gut Ja, wie gesagt, eine Runde Zombies ins Baseland Ähm War mal ein kleiner Einblick Und, ähm Demnächst machen wir welche mit mehr Personen und Bis dahin sage ich Servus und macht's gut